Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play MyCoff. Weiterhin mit deiner Wenigkeit Glabur. Mit deiner Wenigkeit Glabur. In der neuen Glabur. Wie geht's euch so? Weiterhin mit Jan und meiner Wenigkeit. So, wir bauen hier... Lass das lieber so. Und dann machen wir so. So, da kommt nämlich hier so eine schöne Festung drum, Leute. Nee. Das ist der, für der, dass uns keiner... Die dicken Oschi und drumherum bauen. Richtig. So, das ist fertig. Oh, sexy. Mal kurz einen kleinen Schnellcheck durchführen. Ja, passt schon, alles gut. Feierabend. Feierabend. So, professionell mal einen Schnellcheck durchführen. Oh, fertig, ja. Feierabend. Ah, la, 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 la. Feierabend, Frühjahrsluß. Feierabend, Bierkonkrum. Ne, Cami? So, ähm... Warum ist denn das hier breiter? Wie da drüben? Oh, ja, wann was? Nee, 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 okay, nee, 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 alles gut. Alles... Doch, ist es wirklich? Hä? Wo war es, wann? Hier hat er also keinen Dreier hingesetzt, alles klar. Kein Dreier. Der hier muss wieder weg. Ach so, hier vorne, ja, dann brauchst du ja nicht, ne? Ja. Ja, genau so. Also, ja, klar, ja, ja. Kann man sogar nicht drüber springen. Lol, kannst du echt nicht. Das ist mal ein Zaun, du. Ah, Junge, auf die Wiese gesprungen. Boah, Hex. Auf der Hecke, Junge. Hecke müssen wir abreißen. Okay, aber die Bäume müssen weg, weil sonst sehen die... Da sieht die Mauer ziemlich... ...decker aus. Oh, da kann man echt nicht drüber springen. Leck mich am Arsch, Alter. Hey, das hat Jan weg. Oh, ich sammle das Holz gar nicht auf. Kannst du mir gleich mal hier hinwerfen, das brauche ich. Kosten für mich. Ich habe da ein bisschen Glowstone hingelegt. Fichte, Fichte. Ja, danke. Ich habe noch Fichtenstufen, brauchst du die auch noch? Ja, nur das Rohholz. Das haben wir nämlich auch, weil sonst sieht das nämlich dämlich aus, wenn die... ...Mauer da so eine Kante drinne hat. So. Es sieht doch gut aus. Hallo. Na, willst du Pause machen? Hab dich ja wirklich da. Ja, warum wollen wir mal ein Toastbrot essen? Mein Toastbrot. Oh, ich muss gleich auch was essen. Ich hoffe. Ja. Ich hoffe, dass meine Mutter recht wach wird und uns gleich mal Brötchen holen geht. Aufstehen, Mama. Dein Juni hat Hunger. Ich hoffe. Muss reingehen. Aufstehen jetzt hier. Aufstehen. Was denkst du hier, wer du bist? Ich würde dann klipp und klar sagen, weißt du, wer... Ich glaube, da bin ich schon da draußen, als ich reingekommen bin. Weißt du, wer du bist? Ja. Du bist gleich gar nicht mehr, wenn ich mit dir fertig bin. Ich würde... Richtig. Die wird dir erstmal den Arsch verhauen. Au, au, au. Aber wenn Jan ganz ehrlich ist, steht er da drauf. Die... Anspielung. Ja, Anspielung. So, dann gehen wir mal noch grad ein paar scharfe Scheren. Können wir ja nicht vergessen nebenbei. Wofür das denn? Ach ja, vergessen. Ja, haben so manche Leute schon ein paar Mal untergeschrieben. Denkt da dran, ihr müsst die Schafe auch scheren. Ja. Ja, ich gebe dir denen ja recht. Ist ja wirklich so. Aber wenn du anbauen bist, dann bist du anbauen. Kannst du nichts machen, Junge. Also, wir sind angefangen mit... Zehn Schafe, oder was hat das? Ja. Wir sind angefangen heute mit Scheren und jetzt dritte Folge und schon wieder am Scheren. Man kann das aber echt jede Folge machen. Anfang und Ende der Folge vielleicht. Das nochmal überwachen. Oh, ich sah mir gar keine mehr auf. Können die nicht leise sein? Wie wollt's? Können die nicht nehmen? So, magst du die nicht? Willst du alle töten? Alter, wenn du da drinnen stehst... Mäh, 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 mäh. So, ey, aufpassen, dass du keinen an der Klapse kriegst, sonst läufst du nachher rum. Mäh, 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 mäh. Hallo! Aua! Oh, ich bin die Köpfe zusammengeschlagen. Ohohohoho, ich sage an deiner Mama, dann kriegst du heute keine Brötchen, sondern ich. Oh! Doch, dann kriege ich ein Eibrötchen. Das ist ein Fehler in der Matrix. Das ist ein Fehler in der Matrix. So, dann haben wir das hier nämlich auch. Aber weißt du, wie wir hätten auch dein Internet entlasten können, wenn wir einfach die Schafe gelassen hätten und hätten die Kühe umgebracht bis auf einen? Ja. Oder zwei. Ja. Weil, genau. Du bist auch mit Leben jetzt. Es reicht ja immer noch, Mann. Ja. So. Wieder alle Glatze. Mütze Glatze, Mütze Glatze, Mütze Glatze, Mütze Glatze. Alle Glatze. Hahaha. So, dann wollen wir hier mal ein bisschen Jan seinem Interneten gefallen können. Jetzt haben wir immer noch ein paar Koteletts und Leder. Leder brauchen wir auch ganz dringend. Dann können wir diese hier eher wegschossen. So. Bei Essen haben wir sowieso keine Probleme, denn wir brauchen auch nicht so viele Kühe. Hahaha. Wir haben doch kein großes Feld gebaut. Hahaha. Wir müssen die auch immer so ein bisschen übertreiben. Das ist genauso wie unser Haus, das ist genauso wie unser Lager, ist überhaupt nicht übertrieben. Hahaha. Wie der andere baut so 4x4 aus. Wir bauen ja nur mit die Stilnisplatte oder so. Ja. Und du musst überlegen, wenn wir das hinkriegen würden, dass wir die ganzen anderen Mods mit einfügen würden. Das wäre doch lange nicht fertig. Dann würde ich nicht wissen, wie das hier aussehen würde wirklich. Aber wir sind da halt ein bisschen zu doof zu. So. Zu doof eigentlich auch nicht. Aber irgendwie willst du halt nicht so wie wir wollen. Richtig. So. Jetzt habe ich da noch 3 Kühe, Jan. Das sollte wohl ausreichen. Jo. So. Und jetzt gehe ich noch Schweine töten. Und jetzt. So. 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 aus wie so ein Creeper, Alter. Voll die Monsterschweine. Das finde ich so geil, Alter. Ich weiß noch, wo wir diesen Zombie-Mode gespielt haben. Oh, guck mal, Schwein, was zu essen. Und schau auf mal streichen. Alles in jedes Töten. Ja, alles wollte dich einfach töten. Wenn du mal Zeit hast, kannst du jetzt hier hinten mal hinkommen. Ich denke, dass das jetzt vorbei ist. Na, warte, ich komme mal. Jetzt gibt es nämlich nur noch Schafe und ein paar Kühe. Drei Schweine, drei Kühe, Rest Schafe. Bei jemandem gibt es hier nichts damit. Ich komme mal kurz vorbei, Alter. Du brauchst ja fünf Minuten, bis du da bist. Ja, und dann müssen wir gleich auch zusammen zurücklaufen, weil wir brauchen nämlich beide ein Bett. So, was sagt er hier? Ah, geht schon mal wieder. Da sind unsere ganzen Tiere hin. Ja, aber ist viel besser als vorher, oder? Ja, das kann man so lassen. Ja, wenn du unbedingt Kühe brauchst für Leder, lässt du so gerade einmal poppen, mein Gott. Ja, ich weiß auch, wie sieht es hinten eigentlich aus. Ja, hier ist ja auch mega geil, ne? Oh, kack, den haben wir auch schon mal ein bisschen was. Hier ist auch mega cool. Ah, wir müssen pennen, Alter. Oh, scheiße, jetzt müssen wir da bis... Run, bitch, run! Muss ich bis da hinten hinlaufen. Da wäre es sogar oben in den Schlafzimmer auf kein Bett mehr, oder? Nein. Also, ich habe zumindest keine Ahnung, ob ich da wirklich eins hingestellt habe, oder nicht. Ich auch nicht. Scheiße. Müssen wir schnell rennen. Da ist alles kaputt, Alter, und dann hast du das wieder. Lock ich mich aus und warte, bis es hell wird. Scheiße, Alter. Das ist echt mega weit. Was ist Monster in der Nähe? Oh, hallo. Rasten? Ich liege. Oh! Oh! Scheiße. Fertig? Fertig? Irgendwo Monster? Mal kurz durchchecken, ob irgendwo ein Creeper ist. Creeper? Hallo? Creeper? Brennen auf jeden Fall ein paar Zombies. Ja gut, die brennen ja eh gleich. Ich habe mich angesteckt. Hilfe! Oh, Mini-Zombie! Run, man! Was cool ist, sie können nicht über den Zaun klettern. Ja. Oh, dein Helm ist kaputt. Man sieht deine Perücke. Scheiße. Nee, doch. Perücke. So. Okay. Wollen? So sieht das aus schon gar nicht so schön. Also wir haben echt hier jetzt schon gut was gefarmt an Wolle. Ja, und jetzt kriegst du hier was von mir. Ja, hier. Richtiges. Deutsches. Steak für dich. Junge. Kann dir auch Hammelfleisch geben. Das ist kein Ding. Ich habe jetzt Kartoffeln, gebratene Sammelfleisch. Da habe ich mich vorgestern, oder? Nee, wann war das? Boah, letzte Woche oder so habe ich mich richtig aufgeregt, Alter. Ich esse wirklich nur Döner mit Lamm. Ja, weil wenn ich einen Döner essen will, will ich Lamm. Das wäre so, als wenn ich eine Pizza kriegen würde ohne Pizzateich. Da rege ich mich immer so derbe drüber auf, weil unser Döner-Fuzzi, da schmeckt der Döner so geil, Leute. Und das ist so cool. Aber ich esse halt wirklich nur Lammfleisch da drin. Weil ich esse das nicht anders. Ich finde, ein Döner schmeckt nur mit Lamm. Ist halt vielleicht auch einfach eine Geschmackssache. Aber wenn ich zum Italiener gehe und der sagt zu mir, ich habe keine Spaghetti mehr, dann frage ich ihn auch, ob er alle Waffen am Brennen hätte. Kann er zumachen. Ja, aber ist doch einfach so, oder nicht? Also keine Ahnung, vielleicht bin ich da ein bisschen eitel eingestellt, habe ich mich mit Kabi drüber geredet, habe ich mich mega drüber aufgeregt, Alter. Kann ich nicht ab, sowas. Hast du noch Fichtenholz? Normal, glaube nicht, ne? So, Baumstamm. Nein. Da müssen wir fahren. Was? Da hinten haben wir einen. Boah, unbedingt eine große Fläche mit Bäumen. Ja, da hinten ist ja ohne Ende. Da, wo unser Krüppel... Ja, aber so eine richtige Farm. Ja, da brauchst du einfach nur langlaufen. Dann hast du genug. Eigentlich ja. Aber da stehen auch überhaupt keine Fichten. Doch, auch. Ich habe da alles gepflanzt, Junge. Alles. Auch Großmarie. Komm mal, stellen wir hier die Kirche rein, hier. Die war voll geil aus hier drin, Alter. Ja, die Kirche haben wir mega geil gemacht. Mit dem Teppich. Ja, wir bauen nur mal um. Ja, alles komplett abgeregt. Ich habe echt keine Fichten da hingestellt, ich blöde Mann. Doch, da hinten. Am Ende. Junge. Hier. Sag nicht, es gibt keine Fichte, Junge. Nein. Hier gibt es Fichtenparadies, Junge. Können wir eigentlich echt als unsere Baumfarnier erstmal nutzen. Ja, können wir auch. Also, man darf, muss halt, nur nicht vergessen, wieder neu zu sitzen. Das ist scheißegal, vom Prinzip. Und wenn du jetzt ganz viel hier abgefarmt hast, was ich jetzt nochmal gerade mache, muss ich immer einen mich wieder hochbauen, oder was? Das ist echt scheiß, meine Fichtenlingern. Manchmal passt es und dann manchmal wieder nicht. Ja. Aber diesmal lasse ich einen stehen, springe drauf. Ha, ha. So. So. So, wir sagen auch schon wieder, vielen Dank für das Einschalten. Bis morgen. Tschüss. Tschüssi.